Was sagen Sie? 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 Was? 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 Was sagen Sie? Was sagen Sie? Was sagen Sie? Was? 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 Was es? Was? Feind von oben! Feindliche Fahrzeuge nähern sich uns! Sie sind selbst! Sie sind 7. Sie sind 8. Wir sind nicht. Sie sind 5. Ich bin 5. Sie sind 5. Ich bin 6. Geh das hier. Ich bin 5. Ich bin 5. Wir sind 6. Schau! Steht da rein! Schaltet ihr auf! 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 Soll sie Tord haben! Sie haben einen Tord, Mov Hochbelang! Mach die Tord haben! Schaltet ihr hierover! Die Tord bitte! Was ist das? 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 Verwinden Sie die Ziele! Verwinden Sie die Position! Ich habe diesen Kuss... Nichts! Das ist das. Die Leute, die andere Seite! Die Menschen sind nicht mehr vorhanden. Die Menschen sind nicht mehr vorhanden. Aber sie werden die Flamme eingeladen. Das Gott sind nicht mehr vorhanden. Sie sind nicht mehr vorhanden. Ich sehe überhaupt nichts. Siehst du nichts, dann hier auch nicht. Lass uns einen Weg hier durchfinden. Ich will nicht geschnappt werden. Durch den Bus. Wir können hier durch. Wir können hier durch. Der Fahrzeug nähert sich. Ja, sehe ich, ist ein Truck. Scheiße, das Ding kommt runter. Zurück! Das Ding alle schießen! Was zum Henker ist das für ein Geräusch? Keine Ahnung. An alle Einheiten, hier Tomahawk. Wir machen uns bereit, das Ganze zu beenden. Halte durch. Oh mein Gott, ist das endlich die US-Unterstützung? Halleluja! Boah! Verdammt! Ist das nicht das Flugzeug von vorhin? Warum steigen Sie ein? Moment mal, warum glüht das Flugzeug? Oh nein, 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 nein! Runter! Ja, 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 ja. Nein. Ich glaube, die haben gerade die Waffe getestet. Die Skalarwaffe muss in dem Flieger sein. Nee. Ich will das alles nicht. Ja, weiß auch nicht. Ich bin fast geneigt, Haggit zuzustimmen. Was zum Henker ist eigentlich los mit euch? Preston. Das ist eine Nummer zu groß für uns. Wir sollten verschwinden. Verschwinden? Wohin denn? Nach Hause? Das wird's bald nicht mehr geben. Gar nichts mehr wird's geben. Sweetwater. Das war's? Dann warst du vielleicht doch nicht der Richtige für Special Ops. Kaum fängt die Kacke an zu dampfen, machst du dir in die Hose. Sarge? Lassen wir es doch einfach sein. Okay? Gut. Gut. Dann zieh ich's eben allein durch. Nein, Preston. Tust du nicht. Und ihr beide. Ihr hört jetzt Marlo zu. Los. Geht euch nen Ruck. Sweet. Das ist doch interessant, Mann. Willst du nicht wissen, wie das endet? Du hattest mich schon bei interessant. Hacks, komm schon. Keine T-Bone-Steaks, wenn du jetzt gehst, Mann. Ja. Nie wieder AR-15-Munition im Supermarkt. Nie wieder Unbefugte auf deinem Grundstück erschießen können. Nie wieder Braten mit Soße. Keine Superbowl-Sontage mehr. Nie mehr Dallas Cowboys Cheerleaders. Scheiße, das reicht. Aus dem Weg. Ich geh's die Cheerleader retten. Alle Geräte sind tot. Seht euch den ganzen Scheiß an, gruselig. Glaubt ihr, Kirilenko ist in dem Vogel? Kann sein. Wir müssen das so oder so stoppen. Wir müssen das so oder so stoppen.